Biologische Batterien Im Einsatz Biologische Batterien wandeln chemische Energie mit Hilfe von Lebewesen oder Prozessen in elektrische Energie um. Es gibt sie in verschiedenen Formen, zum Beispiel als mikrobielle Brennstoffzellen, enzymatische Brennstoffzellen und biologische Sonnenzellen. Mikrobielle Brennstoffzellen, MFC, nutzen Mikroorganismen, um organisches Material zu oxidieren und elektrischen Strom zu erzeugen. Diese Geräte können potenziell für die Abwasserreinigung und Energieerzeugung eingesetzt werden. Eine Herausforderung mit MFCs ist die Verbesserung ihrer Effizienz und Stabilität. Enzymatische Brennstoffzellen, EFC, nutzen Enzyme, um die Oxidation von organischem Material zu katalysieren und elektrischen Strom zu erzeugen. EFCs haben das Potenzial, effizienter zu sein als MFCs, aber sie können empfindlicher auf Veränderungen der Umweltbedingungen reagieren. Biologische Solarzellen, auch bekannt als photovoltaische Geräte, nutzen photosynthetische Organismen wie Algen oder Cyanobakterien, um Sonnenlicht in elektrische Energie umzuwandeln. Die Entwicklung dieser Geräte steckt noch in den Kinderschuhen und sie sind weniger effizient als herkömmliche Solarzellen. Sie könnten jedoch langlebiger und umweltfreundlicher sein. Um das Problem der nachhaltigen Energie für Veganer zu lösen, ist es wichtig, die Auswirkungen der Tierhaltung auf die Welt zu berücksichtigen. Die Tierhaltung ist eine der Hauptursachen für Wasserverschmutzung, die Freisetzung von Treibhausgasen und den Verlust von Bäumen. Indem wir weniger oder gar keine tierischen Produkte essen, können wir dazu beitragen, den Bedarf an tierischer Landwirtschaft und den damit verbundenen Schaden für die Erde zu verringern. Gleichzeitig ist es wichtig zu erkennen, dass Veganismus allein das Problem der nachhaltigen Energie nicht lösen kann. Investitionen in erneuerbare Energiequellen wie Wind, Sonne und Erdwärme sind ebenfalls unerlässlich. Wir müssen auch die Energiespeichersysteme effizienter und langlebiger machen. Wenn wir Veganismus mit anderen nachhaltigen Praktiken kombinieren, können wir auf ein nachhaltigeres und gerechteres Energiesystem hinarbeiten. Mikrobielle Brennstoffzellen, MFC, nutzen Mikroorganismen, um organische Abfälle in Strom zu verwandeln. Sie nutzen die Stoffwechselvorgänge von Bakterien oder anderen Organismen, um elektrischen Strom zu erzeugen. Biologische Batterien sind ein spannendes Forschungsgebiet, weil sie Biologie und Energiespeicherung miteinander verbinden. Die Nutzung der Kraft von Lebewesen und Prozessen in diesen Geräten könnte die Art und Weise, wie wir Strom erzeugen und speichern, völlig verändern. Die Mikroorganismen in mikrobiellen Brennstoffzellen, MFCs, verwandeln organische Abfälle in Strom. Sie sind eine Art biologische Batterie. Durch den Abbau von organischem Material geben die Mikroorganismen, vor allem Bakterien, Elektronen ab. Diese Elektronen können dann genutzt werden, um elektrischen Strom zu erzeugen. MFCs haben sich als vielversprechend für die Abwasserbehandlung und den Betrieb kleiner elektronischer Geräte erwiesen. Enzymatische Brennstoffzellen, EFC, sind eine weitere biologische Batterie, die Enzyme zur Katalyse der Oxidation organischer Stoffe und zur Stromerzeugung einsetzt. Enzyme sind biologische Katalysatoren, die die Effizienz chemischer Reaktionen erheblich steigern können. EFCs haben das Potenzial, effizienter zu sein als MFCs. Sie können jedoch empfindlicher auf Veränderungen der Umweltbedingungen reagieren und erfordern eine sorgfältige Optimierung. Biologische Solarzellen, sogenannte photovoltaische Geräte, sind ein neuer Weg, um Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Pflanzen und Insekten, die Nahrung produzieren können, wie Algen und Cyanobakterien, nutzen das Sonnenlicht, um diese Geräte zu betreiben. Auf die gleiche Weise wie herkömmliche Solarzellen, nutzen organische Solarzellen die Energie der Photonen, um Elektronen zu bewegen und elektrischen Strom zu erzeugen. Auch wenn sie sich noch im Anfangsstadium befinden, könnten biologische Solarzellen eine sicherere und umweltfreundlichere Möglichkeit sein, Sonnenlicht in Energie umzuwandeln. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass biologische Batterien ein großes Versprechen für die Zukunft der Energiespeicherung darstellen. Wenn wir die Kraft von Lebewesen und biologischen Prozessen nutzen, können wir Energiespeichersysteme herstellen, die länger halten und besser funktionieren. Es sind jedoch weitere Studien und Entwicklungen erforderlich, damit diese Geräte besser funktionieren und stabiler sind. Mit weiteren Innovationen und Investitionen könnten biologische Batterien eine wichtige Rolle während unserem Übergang zu einer nachhaltigeren Energiezukunft spielen. Der Prozess der Stromerzeugung in einer mikrobiellen Brennstoffzelle umfasst mehrere Schritte. Oxidation von organischem Material. Die Mikroorganismen in der MFC oxidieren organisches Material, wie Abwasser oder Biomasse, als Brennstoffquelle. Bei diesem Prozess spalten die Mikroorganismen die organischen Moleküle auf und geben Elektronen ab. Elektronenübertragung, die bei der Oxidation der organischen Stoffe freigesetzten Elektronen werden auf eine Anoden-Elektrode im MFC übertragen. Die Anode besteht in der Regel aus einem leitfähigen Material, wie Kohlenstoffgewebe oder Graphit, das als Elektronenakzeptor fungiert. Elektronenfluss. Die Elektronen fließen von der Anode durch einen externen Stromkreis und erzeugen einen elektrischen Strom. Dieser Strom kann für den Betrieb elektrischer Geräte genutzt oder zur späteren Verwendung gespeichert werden. Elektronenaufnahme an der Kathode. Die Elektronen kehren über eine Kathodenelektrode in die MFC zurück. An der Kathode findet eine Reduktionsreaktion statt, bei der in der Regel Sauerstoff oder ein anderer Elektronenakzeptor mit Protonen aus dem Kathodenraum reagiert. Diese Reaktion schließt den Elektronentransferzyklus ab. Mikrobielle Brennstoffzellen erzeugen Strom, indem sie die Stoffwechselaktivität von Mikroben nutzen, um organisches Material abzubauen und Elektronen freizusetzen. Mikrobielle Brennstoffzellen sind eine vielversprechende Technologie für viele Anwendungen, zum Beispiel. In Kläranlagen, bei der Stromerzeugung aus der Ferne und bei der Bioenergieerzeugung. Mit diesem Verfahren kann saubere Energie erzeugt und gleichzeitig Abwasser gereinigt werden. Die Forscher arbeiten jedoch noch daran, die Bakterienbrennstoffzellen stabiler und effizienter zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017